Warte mal schauen wir mal was da geht überhaupt. Redi und Nutt. Also Redi und Nüsse. Wir fahren auf die Viber Farm. Boah, ins Chaos, alle Zivilisten alleine rassig. Ah, das ist das, was wir letztes Mal gemacht haben, oder? Genau. Wo viel los war. Ah ja, wo uns die Shotgun-Hannys gefistet haben. Viel Verkehr. Ja. Da immer. Ich bin gespannt. Auf. Wer es überlebt. Vielleicht wirst du eh zum Gruppenführer. Das letzte Mal war das nicht so. Oder haben wir das zweimal gespielt? Wir haben das gespielt. Wir haben das gespielt. Wir sind beide mal geschwommen. So. So. So suckt er, oder? Machen wir mal eine Full-Automatic, oder? Leg mal los, oder? Ja. 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 In dieser Taktik. Du hast dir auch Shot genommen, oder? Nein. Nein. Ja. 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 Da hat man meine Hand erwischt. Ich glaube aber, ich habe ihn auch erwischt. Ja. Ich geh mal vor. Ja. Aber daneben ist noch jemand. Warte, da steht das jetzt so. Kind geboren. Geh mal hier rein. Ja. Ich habe aber noch jemanden geführt. Ja. Ich geh mal hier rein. Ja. Ich habe aber noch jemanden geführt. Ja. Die war Maskenpalle. Sorry, noch was du gehört? Ja, aber da geht es irgendwo nach hinten. Da geht es in einen anderen Raum. Was war das? Es sind zwei. Stark. Oder würde es nicht mit Geisel? Nein. Dann war es eine Geisel mit Waffe. Oh mein Pist. Komm noch hin. Ja. 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 Irgendwo rechts von mir. Haps. Ist ja stark. Da draußen habe ich auch jemanden getötet. In dem Klasshaus auf jeden Fall. Ja. Da liegt er. Ja. Da ist noch eine Tür dann. Ich glaube, da gehen wir hier wieder zurück. Ja. Da ist auch eine Tür. Ich glaube, die führt dann da wieder zurück. Achso. Warte. Ja. Da höre ich jemanden. Ich schau mal durch. Ja. Da ist wer. Mit Waffe drinnen. Mit Waffe drinnen. Okay. Ja. So links. Bisschen. Ich mache mit Dietrich auf. Ja. Geht. Weiter. Wenn du davor schießt, kann ich nicht schießen. Oh, das war. Lost. Was sag ich? Das war zu offensiert wieder. Ja. Ja. Ich meinte, wir müssen uns gegenseitig abdecken. Marvin. Und jetzt dann rauf. Und weiter. Aber war man letztes Mal nicht, oder? Ich glaube nicht. Dann gehen wir jetzt erst rauf, oder? Ja. Da geht's auch runter. Ist das ein Turm, oder so? Könnte sein. Da waren wir fix nicht. Da müssen wir aufpassen dann. Ja, das liegt in den Garten. Dann gehen wir bis ran. Wow. Schön? Täftege hab ich jetzt? Ja. noch einen habe ich der hat mir viel abgenommen zweiten hast du oder ich habe da rechts links vor dem abgang ich bin schon mehr oder rot jetzt der hat jetzt viel abgenommen vielleicht kommen wir da auch runter in den tunnel hat dann das schnittige hat recht auch vielleicht anbelangung so licht mit das gleich so vor ich bin gehört Police! Hands up! Hands up! Above your head! Down on the ground! Move! I'm getting help! Hands up now! Drop to your knees! Hands up now! Bei den Stiegen drauf? Ja. Oh, ich hab den Kopf jetzt auch rot. Ah! Trafen! Sowieso, shit! Wann die? Why not? Get down on your knees! Hands up! Winkelt da? Jo. Da, wo ich letztens runtergefallen hab. Ah, ok. Dann haben wir dann... Aber da ist doch noch irgendwo anders runtergegangen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, dort wo du die abgeschossen hast. Ah ja, genau. Ich dachte jetzt, dass man hier auch runterkommt. Da sind wir sogar schon vorbeigegangen, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, ja. Ja. Na schon, das hast du. Gehen wir da wieder mal retour. Retour. So. Jetzt warte. Ah, das ist da, wo du runtergefallen bist. Ich hör was. Ich hör was. Ganz hinten links. Aber ich glaub, die hat dir deine Hände hochgegeben. Also, wofür es denn noch ist. Let me see those hands! Down on the ground, now! Turn around, don't get up. Was hast du getan? Was hast du getan? Wie was? Wo hast du irgendwie gegriffen, dass es so stillt? Proceed with caution. So, dass sie dir nur noch einen schöner anlegen sollen. Ich hab nur auf den Kolben gegriffen. Ich hab die Chance besser durch. Ja. So. Rot finden, Türen. Ja. So Rot finden, Türen sind... Und... Upsi. Und gefährlich sein. Ist das eine Figur? Ja, oh ja, oh ja. Da steht wer mit gezogener Waffe, aber schaut nicht in unsere Richtung. Ich komm mal, dann mach ich auf. Mit Dietrich, oder? Ja. Ich hab ein leises Werkzeug. Warte. Dann werfe ich gleich eine Granate dorthin, wenn du aufmachst. Was? Warte, komm! Halt deine Hand hin! 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 Gepanzerte Weste, aufpassen. Warte, was musst du jetzt holen? Wir können noch eine Karte hin, wir öffnen eventuell. Scheint rausgelaufen, so ist er liegen wo. Oder liegt es da? Ah, die liegt da, glaube ich. Ah, da liegt sie! Haben wir es erwischt? Alter, was ist das jetzt? Alter, was ist das für eine Ansicht jetzt? Wie auf Drogen. Aber Gas, vielleicht deswegen? Vielleicht sind jetzt noch irgendwelche Blumen durchgegangen. Vielleicht Blumen? Hast du das auch gehabt jetzt? Nein, aber ich habe eine Maske auf. So wie Kristall-Sicht. Hätte man vielleicht durchschauen sollen. Warte. Boah, da sieht man nichts. Vielleicht eine Gas-Granatte? Ja, du hast auch noch eine Granatte? Doppel hält besser. Ja, ja, ja. Warte? Ja, geht schon. Ich sehe das mal. Ich gehe dann gleich links weiter. Ja. Ich habe runter rechts. Hey, da haben wir schon eine Phase. Wow. Die steht genau in der Mitte vom Raum. Ich habe sie. Oh, okay. Ich hätte sie nicht abgesperrt gewesen. Die Frage, wo? Ich habe schon gefesselt. Was ist die Frage? Wo jetzt auch was ist. Nein, war das nicht das, wo wir runter müssen haben? Wir waren nicht schon. Nein, 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 nein. So, geradeaus ist es noch. Türen zu. Wo? Da, äh, links. Oder ist das offen? So offen. Ah, das hat von der Weiten so ausgeschaut. Da waren wir auch schon nicht mehr. Achso, da bist du runtergefallen, okay. Okay, die zwei haben wir nicht verhaftet, die haben wir gekillt. Ja. Jetzt sind aber auch noch Feinde da, so wie es ausschaut. Und sie wie es. Dann splitten wir uns mal auf, oder? Und durchsuchen. Ja. Das können ja überall hingelaufen sein jetzt. Ich höre Schritte, bist du? Okay. Okay. Ich kann aber auch gerade sagen, ich höre Schritte. Wird ja nämlich da geradeaus gehen. Okay, dann geht Butterwell dort. Jetzt gibt es noch keinen anderen Weg. Geht eben nur geradeaus. Oder links raus wieder. Ja. 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 Haben Sie das noch gefunden? Ja. Okay, passt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich werde das weg. Entferne die TALK. Ziviniger in Wettbewerb und sicher. TALK reporting. Roger das. Trailer sind in Wettbewerb. Proceder mit Caution. Ich bin wieder ein Push-Mansion, direkt. Ganz hohe da. Erst, nächstes, nix. Da war man glaube ich noch nicht. Da ist noch ein Haus. Ich seh jetzt, ja ich seh dich. Bin hinter dir? Da waren wir noch nicht. Ja, bin hinter dir. Okay. Tür ist offen. Büsstabber, was war das jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Das war ein Headshot auf jeden Fall. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ah da auf der Seite. Fuck. Das hast dich gar nicht bewegt irgendwie. Ich hatte keine Munition. Ich hab geschossen aber. So. Wurde weglaufen. Das war jetzt ein schwaches Versagen. Aber gut. Zu wissen. Na, sorry. Ich hab überhaupt nicht gesehen. Wo die war. Und ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich dort hin gefunden hab zum Haus. Wo? Jetzt ganz hinten. Jetzt ganz hinten. Und jetzt im Garten noch weiter. Ist das, wo wir die Geisel festgenommen haben, die letzte hier draußen, oder? Genau. Und da ging's dann irgendwo jetzt noch nach hinten. Sad. Na gut. Zeit.